Ich glaube, das muss ich überall machen, ne? Ich mach das lieber mal überall. Sobald wir, glaube ich, den Bildschirm wechseln, ist das so. Aber wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht gegen einen, gegen, die ganze gegen Baby Digimons kämpfen. Das ist, glaube ich, zu verstehen. Something you'd like to ask? Spickle them up. Das da? Oh! Oho, you want to know about Yugo, do you? I've seen him, you know, with this two eyes. It was a long time ago, down on No-Loon Level 2. Actually, I feel like I might even see him again today, because today is just that lucky. A day you see Yugo can't be beat. That, perhaps, is my lucky charm. Hey! I know you! What the hell? Well, say something already. You're freaking me out here. I know a hacker from the Saxons, so I went to talk to him, but I'm not used to this avatar yet. It's hard to speak properly, and I don't look right, which is weirding me out. Of course, Yugo and I are one and the same. Well, we are and we aren't. This is an email from Yugo. If this is from the person who hacked the account, what do you think he's planning? I am waiting for you in the place I was born. In Avalon server, URL is attaching to the method. Aha. Avalon server? That's where Ri asked me to be the leader of the Saxons. That's when I first became Yugo. It's the place where Yugo was born. But the only one who knows that are myself and Ri. Case, this is probably a trap. We should go together. That's a case. Wendern müssen wir beide gefangen werden. Thank you. Anyway, let's go. Okay, that's a case, but we'll get both of them. We finally found you. Who are you? I am Yugo, leader of the Saxons. Stop kidding around. You give that avatar back right this minute. Is this avatar important to you, Yugo? You know my name? Of course, I'm Yugo. Isn't this the avatar that you have been using in Eden for so many years? It seems that you think this account has been hacked, but that's not true. No one is logged in as me. Don't lie to me. Nobody has logged in. Indeed, it's just as you say. But this is an account that was created by Ri. Kishibi with its own AE in order to manipulate you, Yugo, the ideal hacker who was designed to unify all the hackers of Eden. That is who I am. That is who I am. You are an AE? A-L? I don't know what that means. I don't know what that means. That was built into my avatar? You are a program? Exactly. Even thought, you are a quiet and reserved person. You were able to be Yugo. I am the reason that was possible. Do you understand now? But you and I have been partners all this year. And yet, why would you try to erase me? Hmm. Anyway, without me you can never be Yugo, right? Yet you still want to delete me? You became me in order to protect Eden, didn't you? Yes, I did. I was alone and powerless. I didn't think I could protect Eden, so accept Uri's invi-inviation. My brother, who I respect more than anyone, protects the- protects the Eden our father created. The avatar looks just like my brother, so I has always felt just like we were together. I see. Okay, from now on, let's protect Eden together. Huh? I have nothing but component for Rhi. Hmm? You are without question the best brother anyone could ask for. It's for that very reason that I felt comfortably terrible as I am. Because of that, I was manipulated by Rhi and in the end I threw my father's Eden into chaos. I won't allow myself to depend on our animals anymore. Today I will delete you. You can't delete me. I was created to protect Eden. Eden is the only place I can exist. I thought so too, but there are serentally places outside of Eden where we can live. Maybe that's true for you, but I am a program. I cannot live anywhere else. Hmm. But I understand now. You and I, we are different people. M-Machinedramon? Why? You are my Digimon? Machinedramon and I fight together. It seems he still seems me as Hugo. Why Screamon? Why Screamon? It seems he chose you. Why Screamon? Why Screamon? But can you beat me? I wonder. Without me, you can't talk to your Campagnons. Hmm. Please, don't misunderstand. I don't want to hurt you. But I just don't want to be deleted. Cased. I see. So you have made your choice. How we think we will, we where live, our Digimons, our friends. We are completely different. The only way to decide this is with a battle. We are proud hackers of Eden, are we not? That's what I want. I have decided to split myself in two. Okay, we must now also again against Maschinenramon. I hope he is not so strong. Oh god, I can't remember to remember, he hit us the arse. I can't remember to remember. Oh god, he hit us the arse. I know exactly. Maybe we can paralyze him. Maybe we can ignore him. Change. Platin to Hercules. Platin. Wo is the other? Da. Ich weiß gar nicht mehr. Ne, das ist glaube ich doof, oder? So, glaube ich, ist besser. Wenn ich mich nicht täusche. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich jetzt das gerade falsch gemacht habe. Nein, war richtig. Oh Gott sei Dank. Wer ist das eigentlich? Ich kenne dieses Greymon überhaupt nicht. Ich habe das... Hä? Wer ist dieses Greymon? Wie hieß der? Weiß Greymon? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Den kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, was der für Sachen kann. Könnt ihr eigentlich das machen? Dann kann ich uns erstmal ein bisschen hoch heilen. Äh, ein bisschen hoch die Fieden. So, muss ich mal sehen, wie viel Damage das jetzt genau macht. Kamehameha! Ach süß, der macht Kamehamehas. Ja, nur 100, das geht noch. Sehr schön. Ist das auch eine Mega-Digitation? Aber warum hat Greymon so viele komische Digitationen? Mach mir ganz kirre. Terror-Clust. Vielleicht kriegen wir ihn paralysiert. Dann haben wir es noch leichter. Er macht wieder sein Longo. Sein Longo-Schlongo. Aber diesmal glaube ich, ist er wesentlich einfacher, oder? Weil jetzt haben wir ja wirklich sehr starke Digimons dabei. Die hier auch richtig reinhauen an Damage. Aber das Greymon finde ich irgendwie cool. Auch wenn ich nicht genau weiß, was das für eins ist. Aber das finde ich irgendwie cool. So, wie viel macht Holy Light? Ich weiß es nicht. 314 ist gut. So, von mir aus. Alter, dass ich wirklich sage von mir aus. Wenn ich hier voll den Damage durch bekomme. Machen wir das weiter. Wie gesagt, vielleicht können wir ihn paralysieren. Das wäre mir das Liebste. Irgendwie habe ich überhaupt keine Angst vor dem. Weiß ich nicht. Irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie ist der für mich jetzt nicht mehr so gruselig, wie er einst mal war. Der war mal gruselig gewesen. Damals in seiner Jugend. Aber jetzt nicht mehr. Mit seinen 47 Schaden, da kann er ja schon nichts mehr tun. Ich finde das so lustig. Als ob wir heiraten. Oh, wir heiraten. Oh man. Wirklich. Zack. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, Change. Rusty. Platin. Seraphine. Platin. Einfach nur mal durchtauschen, damit die da im Kampf halt teilnehmen. Weil der ist gleich tot. Und naja, sie wollen halt, dass er tot geht. Okay. Ja, Platin Sucamon hat ja kaum Leben. Stimmt ja. Autorepair. Ja, das passt. Vielleicht kriegen wir ihn tot. Stimmt ja. Platin Sucamon hat ja gar kein Leben. Mist. Nicht tot bekommen. Und Platin Sucamon ist bestimmt weg. Nee, lebt noch. Oh Gott sei Dank. So, dann mach das. Ich hoffe einfach, dass er davon tot geht. Ach, fick doch die Henne, Alter. Entschuldigung. Aber immer dieses ganz kurze nicht sterben wollen. Ah, der ist sich grad echt aufgeregt. Hat man aber bestimmt nicht mitbekommen. So, jetzt haben wir ihn. Sehr schön. 54.000 Geld? What the fuck? Und nur 5.844 EXP? Das ist aber ein bisschen low. Aber trotzdem. 54.000 Geld? 18 Level. Ja. Master Guard. Okay, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich sehe. Ich glaube, ich muss dann wegfallen. Nein. Ich werde dich nicht entfernen. Hä? The real me is still in here. I see. In that case. Hä? 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 What? Stopp starren... Starr, starrn at me. I'm not going to cry, you know. Ich wollte dich an den Arm nehmen und dir die Hände an den Hintern fassen. Wieso ist Greymon? Ich bin nicht länger Hugo, aber du wirst noch mit mir bleiben? Was bist denn jetzt du? Was ist denn das jetzt? Alter der sieht schon wieder so fies aus. Wel, Sengs. Was Sengs? Was ist denn das? Warum sieht der so fies aus? Du dich evolved and you have a different body than before. I am happy for you, but I miss your old form a little bit. The case is closed. Thank you. By the way, I am in the middle of doing a round of the cake shop in Nakano. Shall we go? Ja, Kuchen! No, no, don't worry. It's not like I'm gonna go being eating or anything like that. I just need to get over it. That's all. Are you coming or not? Natürlich, schrei mich nicht an, auch wenn es mein Fetisch ist von Frauen angeschrien zu werden. So, wir sind doch nicht hingegangen. Wir haben sie ja eigentlich nur verarscht. Indeed. Hugo thought the cake were so delicious, she just keep eating and eating until the manager ends up crying. Was? 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 Sie hat so lange gefressen, bis der bester Manager der Kuchenfabrik da geheult hat? Na gut, der Kuchenladen geheult hat? Ja, ist doch super. Was? She was late contacting me, so I was worried and then that was what she had to say in the end. I know we normally work a case to the end and provide the client with support afterwards, but maybe we should pass on it this time. However, I have seen my instance of accounts being stolen by Digimons. For a human like A.A.E. to start stealing accounts like that. When it comes to programming, an A.E. and a Digimon are basically the same. I seem that more and more strange things are happening in cyberspace. Hmm, you nod and say, uh huh, just like everyone else, but even you could be referred to say to a strange, don't you think? Fertig. Fertig. Happy. Jaja. So. Haben wir fertig, kriegen ein Memory ab und ein bisschen Geld. Nice work. Looks like your case are going well. Oh yeah, shouldn't Miri be just about done with her preparation at this point? Da hab ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Ich hab echt Angst vor, was da jetzt kommt. Hab ich echt Angst vor, also ohne Scheiß. Ich weiß nämlich nicht, was uns da erwarten wird. Ich hab da nämlich echt Angst vor. Ohne Scheiß, ich hab da Angst vor. Jaja, er kann's wiederholen. Äh, was wollte ich denn jetzt? Achja, genau. Item. Ich erinnere mich. Flüchtig. Memory ab, Memory ab, Alter Finne. Friendship. So, ich wollte mal ganz kurz gucken, was dieses... Das haben wir noch. Miracle Meet, haben wir noch. Ich wollte auch hier gucken. Es tut mir leid. Monk, ja, das könnten wir alles noch. Master. All Attributed Damage minus 5%. Mhm, nicht schlecht. Glaub ich. Puh, ich hab da echt Angst vor. Ich hab echt Angst vor, was da jetzt kommt. Und deswegen speicher ich jetzt erstmal vorher. Muss erstmal speichern. Aus panischer Angst muss ich jetzt erstmal speichern. Und die Digimons heilen. Aus panischer Angst muss ich auch die Digimons heilen. Angst. Muss ich mal ganz kurz was gucken. Guhu. Avalon Server. Mhm. Die Erinnerung. Könnten natürlich auch zum Avalon Server gehen und da ein bisschen leveln, aber da würde ich lieber woanders leveln. Aber ich möchte eigentlich echten Imperialdramon haben langsam. Wie viel hat er? Tausend. Der braucht noch 4 Level in etwa. Minimum 2 und Maximum 4 Level. Um als Imperialdramon zu werden. Wir reden jetzt mit Miracle. Egal. Apologize for the wait. Let's get start, shall we? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Was hatten die mit ihren Muschis? Aha. Jetzt kommt Catwoman. Oder Catmon. Was passiert jetzt? Lady Devimon. Angewumon. Okay, es wird jetzt ein bisschen lesbisch. Haha. Okay, ich soll es nicht kaputt. Okay, es wird wirklich lesbisch. Okay, das wird wirklich lesbisch. Da muss ich einen Balken rüberlegen. Das kann ich ja so nicht zeigen. Können die wirklich digitieren? Können die zwei wirklich zusammen digitieren? Das wäre mega geil. Now. Mastermon. Show me this power. Können die zwei digitieren? Angewumon und Lady Devimon. Können die beiden. Okay, das muss ich ja ausprobieren. Das ist mega cool. Da macht sie einfach ein Dimensionsportal. I open an entrance to a parallel world with Master Mastemons power. You can use it to leap across the dimensions. You should find what you seek there. Ich habe aber Angst davor. Ich habe aber Angst davor. Dread. Just as Vivi hat his amazing devolution. That's stupid barred Digimon. It's alright Rina. I am going to train some more and challenge him. Fine, whatever. Wait. No. Not fine. If you are gonna do it. Go do it on your own. Ich will die TV und ein paar Manga lesen. Was sprachst du? Ich sollte nur meine Stolen Power gehen lassen? Power? Das wäre ein Problem. Oh, was machen wir? Äh, hey! Okay, das ist das hier grad so mega interessant, ey. Haha. Waaah. You, you just appeared out of nowhere, like with a p-p-p-pop. Who, w-w-hey, is it magic? A hidden camera? Where's the camera? How do I look on the video? Hey, hey you, come on. Some, say something, will you? What's going on? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey Ask her about what you seek. She will surely lead you to it. Na gut. Wo so rumma. Hahaha. What is that? Parasol worlds? Parasols worlds? Was? Cool, cool. Fantastic. Even. So you came from Sorter somewhere by a Sorter somehow Meteor, right? Yeah, I get it. Not really, but okay. Anyway, you want to meet Ulfors Vedramon, right? Yeah. And you're a tamer too, right? Wow, Rosa. Nice timing. Perfect timing. You're very good and I'm very cute. You will make a great helper. We are off to beat up Barbar. With the helper here, nobody needs to retrain all over again from the beginning. It's settled then. Let's go. Let's go. Let's go. Hey, what is los? What? To where? The... It's... It's obvious. To that Sorter-Wai-Wai kinder place. What's in place? Barbar is hitting... Oh, he verwirrt mich. Barbar is hitting out all sneaky like in there. We get in and then you pound the pulp out of him. Was? I'm sorry. Rina's always like this. To translate. Up ahead is a place where space is warded. Barbarmon is there. We are going to... Going there to defeat him. Barbarmon is one of the seven deadly Digimon. He is a mega Digimon. Ja, it's klingt. Rina and I defeated Barbarmon once before, but they revised Barbarmon then stole all the power I had actually emulated up to that point. So, we will pound Baba and restore Vivi's power, but I will mostly be you doing the pounding. So, help us from the Caramel world. Join us in our battle for revenge. Yo, I just told you I like you. Aha. Du bist mir echt unangenehm, aber wir können trotzdem. Eh, was? Okay, hier ist ein Portal. Bye.